Hallo, ich begrüße Dich bei Learning Level Up. In diesem Lernvideo beschäftigen wir uns mit der Reizreaktionskette. Reize sind innere und äußere Einwirkungen, die lebende Organismen aufnehmen, verarbeiten und speichern, um dann mit bestimmten Reaktionen darauf zu reagieren. Diese Eigenschaft bezeichnet man als Reizbarkeit. Zu den äußeren Reizen gehören zum Beispiel Duftmoleküle, Schallwellen, Licht und die Temperatur und zu den inneren Reizen gehören die Organreize. Einteilen kann man die Reize zum Beispiel nach der reizauslösenden Energieform in mechanische Reize, chemische Reize, thermische Reize und optische Reize. Eine weitere Einteilung ist die Gliederung nach Fernsinnen und Nahsinnen. Die Aufnahme von Reizen, deren Weiterleitung und die Beantwortung des Organismus auf die Reize läuft in Reizreaktionsketten ab. Die Infografik zeigt den Ablauf einer Reizreaktionskette. Welche Prozesse während der Reizreaktionskette ablaufen, schauen wir uns nun an. So erfolgt die Reizaufnahme durch Rezeptoren, die sich zum einen in den Sinnesorganen wie zum Beispiel Auge und Ohr und zum anderen in freien Nervenendigungen befinden. Rezeptoren reagieren nur auf adäquate Reize. Ein adäquater Reiz ist für einen bestimmten Rezeptortyp geeignet. Das heißt, er besitzt für diesen Zelltyp die niedrigste Reizschwelle. Die Reizaufnahme führt zu einer Veränderung der elektrischen Ladung oder Spannung ihrer Zellmembran. Durch die Änderung des Membranruhepotenzials an einem Rezeptor entsteht ein Rezeptorpotenzial. Das Rezeptorpotenzial folgt nicht dem Alles-oder-nichts-Gesetz. Dieses besagt, dass eine Reaktion auf einen Reiz entweder vollständig oder überhaupt nicht ausgelöst wird. So wächst das Rezeptorpotenzial mit der Stärke des Reizes. Dadurch können adäquate Reize in elektrische Signale, das in körpereigene Erregungen, umgewandelt werden. Ein inadäquater Reiz kann ebenfalls eine Potenzialänderung hervorrufen. Doch diese Reize entsprechen dem Rezeptor nicht. Sie führen nur bei hoher Energie zu einem Rezeptorpotenzial oder lösen gar keine Erregung aus. Für die Erregungsweiterleitung muss ein Schwellenwert überwunden werden. Wenn die Energiemenge eines Reizes ausreicht, um den Schwellenwert zu überschreiten, handelt es sich um einen überschwelligen Reiz. Wird ein Schwellenpotenzial erreicht, wird ein Aktionspotenzial ausgelöst. Das Aktionspotenzial folgt dem Alles-oder-nichts-Gesetz und breitet sich als elektrisches Signal über die Zellmembran aus. Diese Erregungen werden mit Hilfe von Empfindungsnerven zum Zentralnervensystem weitergeleitet. Vom Zentralnervensystem werden die Erregungen dann über Bewegungsnerven zu den ausführenden Organen weitergeleitet. Nun erfolgen auf den Reiz sensorische und motorische Reaktionen durch den Organismus oder durch eines seiner Organe. Man kann also sagen, die Reizreaktionskette ist die Verknüpfung von Reiz, Rezeptor, Nervenzellen und reagierenden Zellen. Das Wichtigste noch einmal kurz zusammengefasst. Reize sind innere und äußere Einwirkungen, die lebende Organismen aufnehmen, in elektrische Erregungen umwandeln, verarbeiten und speichern, um dann mit bestimmten Reaktionen darauf zu reagieren. So läuft die Aufnahme von Reizen, deren Weiterleitung und die Beantwortung des Organismus auf Reize in den Reizreaktionsketten ab. Wenn du weitere Informationen benötigst, auch zu anderen Themen, dann schau doch in unsere Biologie-Playlist. Unsere Lernvideos kannst du übersichtlich geordnet abrufen unter dem folgenden Link. Ebenfalls steht dir im Google Play Store unsere Learning Level Up App zum kostenlosen Download zur Verfügung. Dieses Lernvideo ist auch als Animation auf unserem System erhältlich. Eine Lizenz ist dafür erforderlich. Der Vorteil ist, du kannst den Lerninhalt an deine individuellen Wünsche anpassen. Also bis gleich bei Learning Level Up!